kürzlich entzündet was tut ihr hier verlass diesen ort ich suche keinen kampf ich bin djinsakai neffe von first jimura wir sind ein lügner und ein dieb verteidigt euch der nächste kampf die katte ich alle raus heute ne kannst du auch vergessen mit dem beschweren die mag sie auch nicht ich möchte euch nicht töten ich habe gut auf den sack das ist nicht möglich ihr beherrscht diese gestolene klingel gut ich möchte euch nicht töten nein jetzt habe ich viel weniger entschlossen warte mal ich versuche mal den kopf zu machen okay ihr wagt es tadayoris heiligen boden zu betreten ihr beschmutzt tadayoris erbe die die nebrichtig auseinander passt hoch ok kazi einen wunderschönen Abend wünscht ihr noch die die ist auf jeden fall nicht ohne die nette dame die nette dame gibt mir auf jeden fall gut die nette dame gibt mir auf jeden fall gut ich versuche mal ein bisschen was zu reißen ich muss sagen ich hatte das spiel beim ersten mal durch die mich all zu schwer empfunden aber diesmal boah die rippt überall rip ey warte mal ich möchte gar keine ladezeit bei der p5 person ich sag's dir ne ich brauche die waffe von von cyberpunk einfach euch nicht töten halt vielleicht brauche ich auch eine andere haltung gegen die das ist so dann werden die alle gewürdelt ihr wagt es tadayoris heiligen boden zu betreten die sind wirklich stark und sehr unfreundlich ey weißt du wenn ich ne andere Rüstung gegen die äh warte mal was ist gut gegen die was habe ich hier alles im angebot verlinkert sämtlichen schaden um einen bedeutenden wert mächtige erhöhung der gesundheit das hört sich schon mal gut an das brauche ich nicht ich bin doch voll doof man mächtige erhöhung der gesundheit bedeuten bedeuten erhöhung des tommelschanses hört an des tommelschanses nein das ist nicht wichtig gigant schrung der das ist das ist gut man also nehm ich nicht ich bin doof ich hab so viel Rüstungen das andere ist eher gut wenn man Dings ne dadurch gegengeschleicht das ist doch doof weh das hab ich voll vergessen man wir sollten die mongolen bekämpfen nicht einander ihr seid nur ein dreckiger Aasgeier was war das ach 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 mal das schaue ach ah ach nein Ich habe bisher viel Glück gehabt, Blinddarm habe ich auch noch Leute. Ich habe meine Mandeln, meine Mandeln haben sie mir abgezogen. Aber Genie, du hast sicher, diese kleinen, aber da hat noch diese fetten Blinddarm. Die ist richtig stark wie Olle, ne? Ey, wieso schlägst du daneben, Mann? Ich habe schon so wenig von... Nein, wieder daneben gehauen. Halt, mein Herr! Ich bin Kaede, Letzte des Tadayori-Geschlechts. Ich hörte, die Samurai wären alle tot. Ich hielt euch für einen Plünderer. Ich bin kein... Aber echt schöne Bäume, wirklich schöne Bäume. Doch ich suche die Rüstung eurer Ahnen. Und ihr wäret ihrer würdig, Fürst Sakai. Doch die Rüstung ist weg. Und sie ist nicht auffindbar? In einer alten Schriftrolle heißt es... Tadayori wacht über die Asamo-Bucht. Auf ewig. Das ist vermutlich ein Hinweis auf das Versteck der Rüstung. Tadayoris Rüstung machte ihn sehr schnell und ließ ihn tödlich zielen. Tragt sie, um...